Okay, da mussten unsere Schwertkämpfer doch ein bisschen einstecken. Dann gebt ihr eben halt Unterstützung jetzt erst einmal. Gut, wir haben es geschafft, ohne einen Anführer zu verlieren. Und haben ein Gegenstand gewonnen. Okay. So, jetzt können wir dich zum Buchschuss machen. Das hilft. Dadurch haben wir wirklich, ähm, jetzt mal Kampfkraft. Oh, die Point-Twice-Pattern. Äh, ja. Wir müssen uns halt entscheiden, wir können den Gegenstand jetzt nämlich nicht mehr rausnehmen. Hey! Äh. So. Wir wollen den Commander hier auf hier, also den Anführer hier auf jeden Fall haben. Äh, ups. Ne, das ist mir zu heiß, um es mit zwei zu machen. Deswegen tue ich die Turn. Beenden. Und dann holen wir uns jetzt den Commander hier unten. Genau, Local Commander Randolph. Und deployen mal. Ja, Bogenschützen. Gegnerische. Da ist es gut, dass wir Schildtruppen geholt haben. Jetzt dreht euch mal zurück. Genau, so können wir eigentlich ziemlich gut die gegnerischen Truppen schon dezimieren, bevor sie überhaupt landen können. Oh, und jetzt wird's böse. Da kommt nämlich die letzte Welle. Ihr seht, es sind Schildträger. Ja, Schildträger sind aus einem ganz anderen Holz als andere Truppen. Zumal wir sie nicht mit Pfeilen behaken können. So, das müssten Bogenschützen sein, das sind da bitte Schildträger. Und unser Commander hat sogar ein Skill. Yay. So, den können wir auch gleich upgraden. Und zwar zum Speerkämpfer machen. Damit haben wir jetzt eine ausgewogene Truppe. Mit der wir auch besser vorankommen. So, wenn wir jetzt ein Turn machen, dann ist die Insel weg. Ja, das heißt, wir können die Insel einnehmen. Wir können übrigens alle Inseln, die jetzt weiß markiert sind, besuchen, verteidigen. Egal von wo aus, wir dann weiter segeln. Also wir können in Runde... Ja, okay, das hier ist unpraktisch. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Linien hier nämlich. In der nächsten Runde wird das hier annektiert. Dann können wir eine von denen angreifen. Dann wird das hier annektiert und wir können nur eine von denen angreifen. Dann wird das hier annektiert. Und wir können dann... Eigentlich nur noch... Sollten wir weiter. Und ja, wir nehmen am besten erst diese Insel hier. Die wird, glaube ich, ja von Schildträgern angegriffen, was okay ist. Und wir haben vergessen, die Runde zu beenden. Ja. Also runter mit euch. So, dann können wir euch mal die Macht der Speerträger zeigen. Speerträger sind nicht für... Starken und Koppeln geeignet. Nur für sowas. Genau, um Wege zu blockieren. Aber da drin sind sie verdammt gut. Der hat unsere Bogenschütze hier gar nichts machen können, leider. Erztaft. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass sie hier hinten durch können. Das heißt, wir blockieren den Engpass hier auch am besten. So am besten. Ja, weil... Wenn Speerträger sich bewegen müssen, dann sind sie ziemlich machtlos. Wenn Speerträger jedoch stehen bleiben, sind sie unbesiegbar. Jedenfalls gegen Nahkämpfer. Also so wie sie jetzt gerade hier stehen, die Schildträger, die kommen nicht an uns ran. Ja, so konnten wir mit minimalen Verlusten gewinnen. So, wir könnten jetzt theoretisch... ...Skills lernen. Ja, charge your pikes along a straight line. Das wäre halt ein Ausgleich dafür, dass die... ...Sperrträger sich nicht so gut bewegen können. Wir könnten ein Plunge für die... ...Schwertkämpfer, dass sie von Klippen auf Gegner springen könnten. Was allerdings auch nicht so praktisch ist. Jedenfalls nicht im Augenblick. Und der... ...Volley... ...hab ich nie in der Ahnung, ob das nicht auf unsere eigenen trifft. Wenn nicht, dann könnte man das benutzen, um mit den... ...Sperrträgern einen Durchgang zu blockieren. Während die Archer halt auf die Gegner feuern. Aber ja, im Augenblick will ich die Münzen lieber aufheben, um... ...meine Archers zu verbessern, damit die besser treffen können. Gut, das heißt, wir nehmen als nächstes diese Insel hier. Was wir wieder nicht können. Weil wir erst die Runde wenden müssen. Also es ist nett, dass wir immer uns angucken können. Was so auf der Insel auch auf uns wartet. Was so auf der Insel auch auf uns wartet. Also ja, hier stehen sie ja eigentlich ganz gut, grad die Speerkämpfer. Jedenfalls für den gegnerischen Trupp, der uns veralbert... Okay. Okay. Hier sind wir einfach schlauer als die Atekt. Gut, das heißt, wir schicken die mal zum Nachfüllen. Die können nicht anders, die müssen hier hoch. Oh, das war sogar schon Erfolg. Yo, Victory. So, das heißt. Ja, eigentlich hätten wir, müssten wir jetzt wirklich straight forward gehen. Ja, haben wir keine andere Wahl, weil sonst holt uns die gegnerische Armee zu sehr ein. So, das war's. So, hier haben wir Glück. Wenn Gegner, die mich aus der Richtung kommen, können wir sie erstens gut blocken. Und zwar jetzt schon ziemlich früh behaken. Vor allem, wenn es so ein vollgestopftes Boot ist. Nein, ihr geht lieber da wieder hin und blockt die ab. So, das heißt hier, geht mal schnell da rein. Das könnte knapp werden. Das wiederum ist ziemlich vorteilhaft für uns. So, wie gesagt, gegen so eine Übermacht hat keine Chance, selbst so eine Übermacht hat keine Chance gegen Speerträger auf so einem Engpass. Das war im Engpass, hey, Warhammer. Den kenne ich ja doch gar nicht. So. Was macht der? Ja, von mir aus für die Schwertkämpfer. Oder ich grade ich mal als Veteranen ab. So. Dann gucken wir mal, welche Hinsen nehmen wir als nächstes. Also ja, erst mal proziden. Am ehesten die hier, die können wir ziemlich gut verteidigen. Da auch nur Schildträger kommen. Also Schwertkämpfer kommen. Ja, Schildträger kommen. Da oben würde ich gerne hinkommen, ja. Da ist nämlich dann noch eine Armee zum holen. Sogar mit einem Skill, den ich noch nicht besitze. Jetzt wiederholen wir's mal wieder. Und ich bin wieder kurz. Und ich fühle mich dann lieber, weg zu einem anderen Peak.